Hi Leute, jetzt willkommen zu meinem neuen Video auf meinem Kanal. Wir, also ich, also es hat gerade geklingelt. Es hat gerade geklingelt und es hat gerade geklingelt. Und dann ist Papa zur Tür gegangen. Es war der Postbote. Es war der Postbote. Und hier von Fun Sport Welt. Ja, das ist mein neues Schlauchboot. Ich will wissen, was da drin ist. Ja, okay. Also, Möglichkeit, das ist auch für dich. Es ist leider zu spät gekommen. Es sollte eigentlich ein bisschen früher kommen. Es ist ein Geschenk for you. Für deinen Geburtstag. Ja, komm, trag das mal ins Wohnzimmer. Danke. Ich kann das nicht tragen. Es ist so zu schwer. Ich werde nicht bekannt, dass du es mit einer Hand. Gar nichts kannst du. Guck mal. Hä? Wieso war das bei mir so schwer? Kann ich angehen. Was ist das denn? Ich kann das sogar hoch. Ja, okay. Ja, ist doch ein bisschen schwerer. Das Schlauchboot wiegt auch ein bisschen was. Okay, willst du das jetzt auspacken oder machen wir das morgen? Dann wäre das Video jetzt direkt zur Hände. Nehmt's von mir. Machen wir das jetzt. Ich will nicht. Ich will nicht. Was könnte das sein? Fun Sport Welt. Nichts anderes drauf. Hast du da gleich zwei Messer? Eine Schlüssel. Denk da dran, wenn du zu tief... Jo, das ging mal hier locker daneben. Denk dran, wenn du zu tief machst, ne? Dann könntest du da auch irgendwas aufschneiden. Weißt du eigentlich Messer, Gabel, Schere, Licht und so? Ich bin kein kleines Kind mehr. Ne. Das kannst du nicht mehr sagen. Du bist doch jetzt elf, ne? Ja. Erkennst du da irgendwas? Dun, 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 dun. Anaconda. Anaconda. Da ist eine Masse. Anaconda. Cobra steht da. Also das sind Schlangen hier. Ein T-Shirt. Ampel. Das allerbeste ist natürlich wieder die Verpackung. Knallfolie. Ey, da kann man ja wirklich Stunden dran sitzen und einfach nur so machen. Pack das jetzt weg. Ja, hier ist doch... Ich will das jetzt... What's that? Anaconda? Das ist eine Scooterverpackung. Ne. War eine Verpackung. Das ist ja schon eine Scooter. Das kann nicht sein. Das war bei meinen Scootern auch genau in der gleichen Verpackung. Das kann nicht sein. Super. Hä? Cobra. Anaconda. Cobra. Cobra Anaconda. Die sind drei drinne. Wie jetzt? Sag her. Das gibt's doch gar nicht. Warte mal, warte mal kurz. Hier steht drauf, schwarz-rot. Da unten schwarz-blau. Und was ist hier? Was steht das? Schwarz-grün. Hier, da steht das. Ja. Draufgeschrieben. So, welche machen wir auf? Wir müssen am Ende ja alle aufmachen. Das ist ja mal ein Ding. Für Ash! What? Noch mehr? Für Ash. Was ist das? Also hier steht safe drin, was es ist, oder? Komm, was ist das? Warte, lese vorher. Hallo Ash, hallo Adria. Wir wünschen dir ganz viel Freude mit deinem neuen Stun... Lese mal zu Ende, bitte. Zu Ende. Da stand doch viel mehr. Ich hab eben gesehen, dass da viel mehr steht. Die ganz viel Freude mit deinem neuen Stun-Scooter von Anacoda. Wir haben dir noch einen T-Shirt, Armbänder und... Sowie Sticker reingelegt. Die drei Anacoda Cobra Complete Scooter kommen am 15.10.2003 raus. Du bist der erste, der sie in den Händen hält. Gerne freuen wir uns einfach ein Feedback von dir. Viele Grüße und alle Scooter zum Geburtstag. Danke! Wuuuh! Schaut auf jeden Fall... Wie cool das denn da ist! Schaut mal auf der Website vorbei. Die Website heißt www.stun-scooter.de Und ich will das jetzt auf jeden Fall erstmal aufmachen. Welchen muss ich jetzt aufmachen? Schwarz-Blau, oder? Guckt erstmal rein, wie die aussehen. Schwarz-Blau ist gut. Okay, 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 okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der ist doch mal mega breit, oder? Ja. Der ist ja mal richtig cool. Hä, wie kann man denn... Okay, baut ihn zusammen, dann sehen wir das. Lol. Topra. Ah, okay, guck mal kurz, was da schwarz-blau ist. Schwarz-Grün und schwarz-rot. Oder so? Blau-Schwarz, ja. Die Räder, ne? Jupp. Lol. So, ich werde das jetzt erstmal zusammenbauen. Also, das muss jetzt erstmal hier einfach... Also, man kann's auch content easy zusammenbauen. Man nimmt das einfach... Und dann fällt das mal um. Ja, man nimmt den einfach. Macht den auch grauen hier rauf. Zwei Schrauben festschrauben, dann ist das Gute eigentlich auch schon zusammengebaut. Also, ich kann das echt empfehlen, weil... Bei meinem anderen Scooter... Da musste man so viele Einzelteile zusammenbauen. Das war echt... Schon... Nervig. So, jetzt müssen wir noch einmal das Rad mit dem Lenker... Ähm... Gerade machen. Schrauben. Weil sonst ist das Rad schief. Jetzt müssen wir noch einmal die Schrauben fester. Schrauben, weil ich es gerade noch nicht ganz festgemacht habe. Damit ich das Rad mit dem Lenker nochmal einstellen kann. Und jetzt ziehe ich sie ganz fest. Ich habe gerade gesehen, das Ding ist echt richtig nice, oder? Das Ding bockt. Ich bin auch schon auf euch mal gewesen. Ich bin eigentlich gerade über die Rampe fahren. Mal schauen, ob es klappt so blöd. Oh Mann, ich hab das so schön. Ja, stopp. Feierabend. Was? Gib mal kurz her. Okay. Dann probier ich mal und gucken, ob die Rampen mich auch hält. Was macht denn das? Bist du... Das war doch safe gefaked jetzt, oder? Oder bist du wirklich hingeflogen? Ich bin... Natürlich war es gefaked. Ey, ich bin noch nie über so ein Ding geflogen worden. Warum springst du auch so rüber mit beiden Füßen? Ich würde erst mal... Das trau ich selbst und mich dann noch nicht. Mit beiden Füßen, du sagst. Was? Mach man sich mit beiden? Doch. Ja, eigentlich. Aber ich mach so... Ich bin so... Stoß mich dann nochmal... Ja, aber du kannst doch... Ja, das ist ja falsch. Du kannst ja mehr Schwung mit den beiden. Du musst einfach nur rollen. Ja. Dann hinfliegen. Das gehört dazu. So Leute, und ich möchte die beiden Scooter jetzt verlosen. Das sind einmal schwarz-grün und... Oh, ich bin übrigens auch hinter der Kamera. Und schwarz-grün und schwarz-rot. Weil ich Max davon keine geben möchte, werde ich sie euch geben. Ich dachte, blau ist für mich hier. Darf ich den nicht nehmen? Also ich verlos die beiden an euch. Und so sieht dann aus, dass hier ist dann... Das, was hier blau ist, ist dann rot oder grün. Kommt auch an, dass ihr gewinnt. Und... Der sieht genau... So ist wie der hier. Nur eben noch in einer anderen Farbe. Und den könnt ihr... Den hier? Äh, nein. Nicht? Okay. Der ist doch jetzt schon ein bisschen zerkratzt. Wo verlostest du eigentlich? Ähm... Auf Instagram. Also ihr könnt auch jetzt auf Instagram gehen. Dann unter Ash und Max bei dem Post zu dem Roller. Und dann schreibt einfach einen Kommentar zum Beispiel... Ähm... Schreibt einfach einen Kommentar zum Beispiel... Hallo. Ich... Nein. Schreibt einfach einen Kommentar. Ich würde gerne gewinnen. Und dann... Dann wird zufällig eine ausgelost, ne? Dann wird zufällig eine ausgelost. Und dann schreiben wir die an, oder? Ja, genau. Also der, der zufällig ausgelost wird, der... Der, der zufällig ausgelost wird, den schreiben wir dann an über Insta. Und dann sagt er uns dann den Ort, wo er wohnt. Und dann schicken wir das per Post zu dem hin. Und dann hat er den Scooter gewonnen. Also ihr geht... Ich mach mit, ich mach mit, okay? Nein, machst du nicht. Dann, wenn du dran... Wenn du dran kaufst, verlor ich nochmal neu. Ey, sag mal, was ist das denn hier? Das ist ja für unfair. Nein. Ich darf auch teilnehmen, oder nicht? Nein, darfst du nicht. So Leute, und dann würde ich jetzt sagen... Geht jetzt unter Insta, schreibt einen Kommentar. Wir schreiben euch dann an. Und dann könnt ihr so einen Scooter hier von Cobra gewinnen. Mit Bluttape, glaub ich auch. Guck mal, du hast noch zwei Stück. Darf ich nicht einen haben? Nein, darfst du nicht. Leute, ihr geht's auf Insta. Und dann schreiben wir euch an. Und dann schicken wir euch den. Wann fährst du drin mit dem Roller? Weiß ich nicht. Tschüss.